Ja, natürlich. Komm! Komm, ich will noch das Geschütz aufstellen. Nein, 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 ich will das Geschütz aufstellen. Ich will das Geschütz aufstellen. Dafür gibt es höchstens noch Punkte, ey. Ähm. Na ja. Ein Tag für die andere. Gut gemacht. Gut gemacht, meine Soldaten. Wie steht's denn? 1613. Na ja, hätte besser sein können. Oh, ihr hackt das DDP-Embranz. Ihr habt reportiert. Aha. Cool. So, Aufsätze haben wir jetzt halt freigeschalten. So, und jetzt spielen wir mal mit dir noch auf Schnellfeuer. Ui, das ist das, das ist fies. Ich würde mal sagen, das ist wirklich sehr fies. Apropos FMG 9, da könnten wir noch für nur 333 Kits, dann hätten wir 1.000. Also ich mal noch eine Runde auf Oasis, ja. Und danach, äh, machen wir mal eine Pause hier. Ich bin auf, mir ist offenbar, dass ich im Clan drin bin, irgendwo so. Äh, in einem TGH-Clan. Warte mal. Hallo. This is one style. Was hat er gesagt? Hoho, my cop book German. Das muss jetzt sein. Naja, egal. This is one style. Ich verstehe dich nicht, Junge. Egal. Ähm, so, boah, ich bin mal so gespannt, wie die abgeht. Uh, wärst du mit mir auch so gespannt. Ihhh, steh uns bei. Genau, Gott, steh uns bei mit dieser Waffe. Nicht, dass ihr's aussehen in unser allerwettesten Reingerutschen. Bragt euch bitte nicht, wie. Schön in die Blende reinwerfen. Happy Endings, man. Wir sind in Führung. Wow. Sie geht doch gut ab. Da war einer. Ach, Mendo. Aber das hier geht eigentlich ab. Hat mal gesehen, wie schnell die eigentlich kaputt gingen. So, mal in der Granate reinpfeffern. Da mal eine Blende. Dann mal da oben eine Blende reinpfeffern. Mein Gott, was ist denn jetzt mit den Gegnern los, hey? Lol. Hm. Boah. Puh. Puh, hat mich erschreckt. Ich hab gedacht, der stand da hinten. Puh. Naja. Für das, dass wir jetzt nur noch sieben Minuten haben, ist es... Also haben wir nicht gerade viel Kissen. Boah, das sind jetzt Horslecks. Puh, jetzt sind sie wieder da, die Legs. Hm, wieder weg. Incheinbar ist da unten, oder? Du hast hier nix zu suchen, mein Friend. Boah, der ist jetzt nicht so überbaut für mich. Ich bin jetzt mal richtig fies. Explosiv-Gradar ist unterwegs. Oh. Nix da. Boah. Was hab ich mich jetzt erschreckt? Und nimmt jemand mein Ding an? Nö, leider nicht. Schade. Ich wollte ja so schön werden können. Na ja, gut, der hat noch getroffen. Und... Unsere Aufklärungsdrohne ist online. Moment. Irgendwie sind hier ganz keine... Ja, okay, bei drei Gegner, ey. Dann ist das ganz ehrlich auch ein Wunder. Wie ganz ehrlich. Oh. Den anderen hab ich... Ja, ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Das hilft mir aber auch nix mehr. Wo geht der? Wo? Hä? Hä? Ja, total logisch. Es hat so ausgeschaut, als wenn der von da... Also von der rechten Seite gekillt worden ist. Und nicht von der linken. Kacke, Alter. Ganz ehrlich. Boah, ganz ehrlich. Was geht hier schief? Du kannst mir nicht verzehnen. Ich spawnet. Ja, da oben hockt der Arsch, Mann. Mein Gott, renn doch einfach drüber. Du bist so blöd. Ah, wenn ich das schon sehe. Ah, wenn ich das schon sehe. klar, dass sie kämpfen, Mann. Ja. Du aber nicht mehr. So. Ja, ha! Come, fuck you, das ist echt unfair. Ah, aber ich finde, mit der kann man irgendwie, ich weiß nicht. Die zieht jetzt schneller Leben ab. Okay, klar, ein Schnellfall. Boah, was ist das für ein Horst los. Soll ich dich umbringen? Nee, geht da nicht. Boah, Leute. Das ist echt langweilig. Ja, ja. Da war einer. Unsere Aufklärungsdrohne ist online. Ah, jetzt sind wirklich wieder ein paar da. Vorräte sind unterwegs. Jetzt geht's wieder ab. Ich weiß, dass da einer kommt. Zeig dich, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Du sollst dich zeigen, Mann. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Mann, wie er sich nicht zeigt. Arschloch. Achtung. Feindliche Vorräte. Jetzt haben wir höchstens wieder ein paar Gegner drin. Nase kratzt. Au. Oh, Mann. Das sind unsere netten Gegner. Das sind ja irgendwie alle verschollen. Ich habe Schüsse. Du lässt ihn in Ruhe, ey. Wie steht's denn? Wir haben 4,9, die haben 4,3. Wollte ich gerade angeschossen? Boah, bin ich blöd, Leute, ey. Aber da sieht man mal... Was ist das, Mann? Der spielt jetzt bei der Map jetzt mit der Bumpel, Mann. Das kann ich jetzt nicht verstehen. Ich sag mal, so bei Hardware wird jetzt... ...wenn ich jetzt ehrlich... Das wäre schon ein bisschen blöd. Ah, ich weiß, dass ich jetzt eh gleich sterben werde. Außer, wenn ich so nicht drüber ziehe. Könnte mir sogar nicht das Leben geben. Habe ich zwei noch umgebracht? Ja, cool. Das ist zwei. Oh, Mann. Sind sie wieder raus? Nee. Leute, ey. Also, gegnermäßig ist hier irgendwie... ...der ist die Stille. Bislang bin ich sehr zufrieden. Hoffentlich bleibt das immer so. Du bist bislang sehr zufrieden? Hm. Da sind wir halt geteilt der Meinung. Darüber müssen wir doch diskutieren. Dann geht die Wand nötig. Ja, natürlich... Ey, das ist so unfair. Du, der Killflower. Aufschwör. Aber nicht, weil wir jetzt die Zeit bekommen. Ja, jetzt sollen sie da drüben. Die können sie auch nicht entscheiden. Verbündete Preise, Drohne im Anflug. Vorne hat den jetzt gekühlt. Na, komm, scheiße. Unsere Aufklärung, Drohne, ist online. Ja, komm. Na. Ja. Ich hätte letztens... Ich hätte... Das killt machen können. Echt jetzt. So, das war's jetzt aber. Wie der Neues im Leben freigeschaltet und alles, das dazugehört. Das war's jetzt aber erst mal mit der Aufnahme. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch hierhin, ne? Dürft ihr mal schön brav in die Kommentare unten schreiben. Und, ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. In irgendeinem anderen Spiel. Oder sogar hier. Hahaha. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von... Ihr wisst alle, was ich meine. Und zwar, let's kill MW3. Yes. Ähm, ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich weiß es jetzt nicht. Bist du mal hier lauter machen bei mir, weil... War das schon alles? Anscheinend schon. Wartet mal. Jetzt sowas. Ich mach jetzt das trotzdem so. Das ist mir jetzt relativ. So. Mal, hört sich ein bisschen weg. So. Musik laut auf. So, gut. Ähm, wir spielen jetzt... Die Standards... Ja, Standard und, ähm... Nein, wir spielen... Ich würd gerne Abschluss bestätigt Hardcore spielen eigentlich, aber okay. What's else. Ne, wir spielen jetzt, ähm... Genau, wir spielen Hardcore auf jeden Fall. Oder ist es Hardcore Team Death and Shadow von... Ne, es ist nicht Hardcore. Obwohl, wir spielen jetzt hier. Oder? Scheiße, ich weiß jetzt nicht, was wir spielen sollen. Wir könnten die Abschluss bestätigt doch einfach zocken, wo ich gerne immer spiele. Ja, wir spielen jetzt, äh, äh, in der Standardklassen oder hier... Standard Maps, ähm... Abschluss bestätigt. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Werde ich ja später sehen, ob ich den Part hochlade oder nicht. Aber relativ. Hm. Für die, die es mich... Also, die es interessiert besonders. Einige... Also, die es interessiert besonders, äh, 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 äh... Und, das ist, äh, äh, äh... Äh, 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 äh...